Hier, nächstes Clickbait vor 4 Stunden. ABK zerstört KuchenTV. Kurz darauf wird Kuchens Kanal gelöscht. So, als hätte ABK was mit der Löschung von KuchenTVs Kanal zu tun. Ja, das ist doch wirklich... Was? Sie haben uns getrennt... Ah, halt deinen Maul! Als ob Gina und Tim sich getrennt haben. Junge, was ist hier los? Herzlich willkommen hier zurück zu iKuchen. Ja, heute geht es mal so ein bisschen um die Trennung. Das haben vielleicht schon einige mitbekommen. Halt den Maul! Wir haben ja auf Instagram zusammen ein Bild gepostet. Manuel kann das ja einfach mal einblenden, damit er auch was für sein Geld tut. Ja, wo wir quasi gepostet haben, dass wir nach 6,5 Jahren getrennt sind. Und hier möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen. Allerdings nicht auf die Trennung an sich. Also ich werde jetzt nicht hier so irgendwelche Insider-Infos oder sowas ausklaufen. Aber so ein bisschen generell halt darüber reden. Auch wie es mir geht, wie es weitergeht. Auch wie wir das mit Noah machen. Das haben auch sehr, sehr viele Leute gefragt. Und ich finde das wichtig, dass man vielleicht auch gerade, wenn man ein Kind hat, dann, ja, dass auch viele Leute, ne, ich bin nun mal eine Person des öffentlichen Lebens, ne, viele haben das halt mitbekommen. Ne, finde ich, ist halt sehr wichtig, dass man das hier auch dann nochmal wisst, dass wir auf jeden Fall nur das Beste für Noah wollen. Und uns da, denke ich mal, auch eine sehr gute Lösung haben einfallen lassen. Und zwar teilen wir ihn einfach in der Hälfte. Jeder nimmt eine Hälfte mit nach Hause und dann ist gut. Ich nehme den Oberkörper, weil da muss ich keine Windeln mehr wechseln. Nein, also erstmal grundsätzlich zur Thematik. Also ich und Gina haben uns jetzt nach sechseinhalb Jahren getrennt. Das Ganze ist schon vor ungefähr zwei Monaten und so weiter passiert. Das Ding ist, ne, das ist ja öfter so, auch bei längeren Beziehungen. Man trennt sich und man weiß noch nicht, ist es jetzt aus, ist es nicht aus. Versucht man es nochmal oder nicht. Und deswegen haben wir auch erstmal, wollten wir Zeit vergehen lassen. Auch vielleicht ein bisschen mehr, als wir halt gebraucht haben. Damit man halt nicht sagt, okay, ist es jetzt aus. Und dann zwei Wochen später heißt es, ah, wir sind doch wieder zusammen. Den Fehler haben wir schon mal gemacht, ne, wir haben ja früher, waren wir auch schon mal getrennt. Und dann irgendwie drei Wochen später waren wir wieder zusammen. Was ist denn da los? Und selbst damals haben sich dann voll viele meiner Zuschauer auch irgendwo zu Recht halt verarscht gefühlt. Ich meine, klar, ihr könnt nicht nachvollziehen, was bei uns halt da los gewesen ist und welche Gründe es gab, um halt vielleicht wieder zusammenzukommen. Aber, ja, das kommt natürlich erstmal saukomisch rüber, ne, das ist ja irgendwo halt auch klar. Ja, tatsächlich ist es halt jetzt einfach so, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Also es gibt jetzt ja wirklich Leute, die sagen, ach klar, kein Skandal, ne, ganz bestimmt so. Nein, also es gab jetzt nicht den einen Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass es halt jetzt aus ist, sondern, ich meine, wir sind 6,5 Jahre zusammen. Ich meine, wir waren 18 und 20, als wir zusammengekommen sind. Wir haben quasi unser frühes Erwachsenenalter halt zusammen erlebt. Und logischerweise entwickelt man sich als Mensch auch einfach weiter so. Und da ist es halt nicht ungewöhnlich, finde ich, dass man in dem Alter dann halt irgendwann nochmal sagt, okay, es passt halt einfach nicht mehr. Ey, für mich bricht da gerade eine Welt zusammen, ne? Also ich war, auch wenn Tim gegen mich geschossen hat ein paar Mal, ja, und wo ich mir sehr ungerecht behandelt vorkam, weil er einfach den Punkt nicht verstanden hat mit diesen ganzen 5M-Servern zum Beispiel und gegen mich geschossen hat, nur weil er selber dort spielt bei Family Life und seine Leute dann in Schutz genommen hat. Er hat gegen mich geschossen, so aus dem Nichts, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, das trifft mich gerade. Das trifft mich gerade wirklich, weil China ist eine ganz, ganz Süße, wirklich eine ganz, ganz Nette. Ich war mit den beiden, also wir waren jetzt nicht zusammen in Urlaub, sondern wir haben halt beide gleichzeitig in Hamburg Urlaub gemacht und haben dann einen Abend verbracht. Da habe ich, ne, das war das zweite Mal, wo ich die, das erste Mal auf der Gamescom, ne? In Köln haben wir auch was unternommen. Und dann in Hamburg haben wir da zusammen halt Urlaub gemacht, haben einen Abend zusammen verbracht, haben ein paar Cocktails geschlürft und wir haben uns immer wieder mal getroffen bei Events. Wir waren auch auf dem German Influencer Day, oder wie das scheiß heißt, wo wir Fußball gespielt hatten. Also ich kam mit Tim und Gina immer gut klar und Gina ist wirklich ein Engel. Das ist eine ganz, ganz Nette, wirklich eine ganz, ganz Nette. Ja, und ich habe echt gedacht, das hält für immer. Die haben ein Kind, ja. Guck, man soll nicht, man soll nicht wegen den Kindern zusammenbleiben, ja? Soll man nicht, das ist schlecht, aber ich habe echt gedacht, die bleiben für immer zusammen. Was ist denn nur los? Ey, was ist denn nur los, Mann? Das ergibt gar keinen Sinn. Wirklich. Das ist doch scheiße, Mann. Da ist auch nichts Böses vorgefallen, also wir sind auch im Guten auseinandergegangen, das war uns halt auch sehr, sehr wichtig. Also wir haben zumindest den Plan, dass wir uns auch noch so ein, zwei Mal im Monat treffen, wenn Gina dann ausgezogen ist oder ich ins Haus gezogen bin. Dass man einfach mal miteinander ist, dass man weiter kommuniziert, dass man weiter am Leben des anderen einfach teil hat. Jetzt nicht, weil wir uns wahrscheinlich gegenseitig jetzt so mies feiern, sondern halt natürlich auch für Noah, damit man da dann besser auf irgendwelche Sachen eingehen kann, wenn da mal irgendwas ist. Auch das war mir persönlich halt sehr, sehr wichtig. Wie wir das mit Noah machen, das haben mich wirklich sehr, sehr viele Leute gefragt. Ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Wir machen das sogenannte Wechselmodell. Also wir machen das halt so, dass Noah eine Woche bei mir ist, dann eine Woche bei ihr, dann wieder eine Woche bei mir und dann wieder eine Woche bei ihr. Und das Ganze geht halt immer so hin und her. Ich denke mal, das ist fürs Kind einfach das Beste. Denn ein Kind, finde ich, braucht halt einfach beide Bezugspersonen, also sowohl die Mutter als auch den Vater. Und ja, ich meine, wir beide lieben Noah halt logischerweise auch. Wir beide würden ihn wahrscheinlich auch zu 100 Prozent nehmen, davon mal jetzt abgesehen. Normalerweise ist es bei Trennungen ja auch sehr oft so, dass zum Beispiel der Vater auch von sich aus sagt, nein, mir reicht es, wenn ich mein Kind am Wochenende sehe oder wenn ich ihn in der Woche mal abholen kann oder so. Das machen wir halt nicht. Das Wechselmodell ist laut Studien halt das Beste, was man für Trennungskinder halt machen kann. Und deswegen haben wir uns da entschieden, das halt zu nehmen. Ja, läuft dann halt nochmal ab, wann genau wir dann immer tauschen müssen, wir gucken. Aber wie gesagt, jeder kriegt ihn halt eine Woche und wollen auch da mit Noah natürlich logischerweise auch weiter zusammenarbeiten. Also es ist jetzt dann nicht so, dass irgendwie der eine den anderen versucht, irgendwie auszuspielen oder den als Druckmittel oder sonst irgendwas zu nutzen, sondern wir wollen da halt sehr erwachsen mit umgehen, weil das Problem ist, also ich selber bin ja auch ein Trennungskind und da gab es auch so viel Beef im Hintergrund, wo ich mir ausgedachte, ey, ihr seid zwei erwachsene Menschen, so das muss doch alles einfach nicht sein. Und das Ganze hat mich zwar nicht gestört, aber würde ich Noah halt trotzdem gerne ersparen. Nur wenn man getrennt ist, kann man halt immer noch ein sehr gutes Elternteil sein. Ja, und sonst gucken wir einfach mal, wie das halt mit Noah läuft. Aber ich denke, dass es kein Problem werden sollte. Ja, dann haben auch viele Leute gefragt, wie es mir geht tatsächlich momentan. Das habe ich auch jetzt schon tatsächlich zugeben. Brauchst du nicht alle gute Werbung machen? Weil es einfach eine sehr erleichternde und befreiende Entscheidung gewesen ist. Ich habe halt schon längere Zeit gemerkt, okay, das mit Gina wird halt irgendwie nichts mehr, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben. Wir haben einfach andere Lebensmittelpunkte, sage ich mal, also auf was wir uns fokussieren, was wir machen. Man ist nicht mehr so gut miteinander klargekommen. Das Problem ist, sage ich auch einfach ganz offen, Gina war meine erste Beziehung, ja, also ich war vorher wirklich ein absoluter Loser. Bin ich jetzt auch, weil ich kann natürlich die Reichweite halt ein bisschen kaschieren. Und das wird hart, Alter. Also ich meine, ich weiß, wie das damals bei mir und Vanessa war. Vanessa war auch meine erste, ja. Vanessa war auch meine erste. Das hat sehr lange gedauert. Und bis ich das verarbeitet habe, dass die mir fremdgegangen ist. Und ich dann mich getrennt habe, so, das hat sehr lange gedauert. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Vor allem, die haben ein Kind, erste Beziehung und ein Kind. Und dann, Junge, Junge. Also das, das wird schwer. Das wird echt schwer. Mich würde mal interessieren, ähm, ich glaube nicht, dass beide von heute auf morgen, beziehungsweise, ich glaube nicht, oder ich gehe nicht davon aus, dass beide gesagt haben, hey, lass uns doch trennen. Ich denke mal, einer der beiden leidet. Und ich würde gerne wissen, wer. Ich schätze mal, Tim leidet darunter mehr als Gina. Ja. Ich denke mal wirklich, wenn die Kamera aus ist, hat der geheult. Was auch in Ordnung ist. Ja. Ich habe auch schon wegen Frauen geweint. Ich habe auch schon wegen anderen Sachen geweint. Ich habe mal geweint, weil mich eine Wespe gestochen hat. Ja. Und, und, ja, egal. Auf jeden Fall, äh, einer der beiden leidet. Und ich glaube, ist das Tim. Und ich hatte halt mega die Trennungsangst immer, weil das Problem ist natürlich, wenn man jetzt einmal diesen Cut hat und man ist halt jetzt auseinander, natürlich in sechs Monaten oder in einem Jahr, wenn beide noch Single ist, man kann natürlich immer wieder zusammenkommen, ist ja klar. Gehe ich jetzt nicht von aus, aber wäre theoretisch möglich. Aber erstmal, das ist halt so ein Cut, wo man wirklich sagt, okay, die Personen sind halt wieder frei. So, sie kann machen, was sie möchte und ich kann auch machen, was ich möchte. Und für mich war das immer so eine weirde Vorstellung dann so, okay, die ist halt Single, die wird sich ja auch wahrscheinlich mit anderen Typen und so weiter treffen, wie ich mich auch mit anderen Frauen treffe, logischerweise. Und ich konnte halt die ganze Zeit nicht so abschätzen, okay, vielleicht nimmt mich das doch mehr mit. Also nicht, dass ich daran kaputt gehe und dann so denke, oh, hätte ich die doch behalten. Und ich glaube, es ist auch immer so diese Frage im Hintergrund, auch wenn die komplett irrational ist, ja, finde ich nochmal jemanden wie sie? So, ja, offensichtlich. Also, es gibt genug Frauen, da werden auch ein paar dabei sein, die auch korrekt sind auf jeden Fall. Guck mal daran, an dieser Aussage merkt man, dass sie ihn das schon mitnimmt. Ihn nimmt das mit, Alter. An dieser Aussage hat man das gemerkt. Ja. Auf jeden Fall so die Angst, auch am Anfang, wo wir uns halt getrennt haben, ging das bei mir auch wirklich hin und her. Ich weiß nicht, so den einen Tag war ich so der glücklichste Mensch auf der Erde und dachte so, ja, mein Digga, geil, alles richtig gemacht. Den anderen Tag richtig schlecht gelaunt, komplett down, keinen Bock auf nichts gehabt, weil ich mir so dachte, oh nein, was habe ich getan, warum machen wir denn Schluss? Keiner hat die gebannt. Und ja, aber jetzt seit längerer Zeit und auch seit dem Post und auch schon davor, geht es mir damit einfach wirklich mega gut. Ist natürlich halt ein bisschen stressig, weil wir wohnen halt noch zusammen, also an sich, wie gesagt, sind wir am guten auseinandergegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns krass biefen oder sonst irgendwas, aber es ist schon halt eine komische Situation auf jeden Fall. Manchmal irgendwie halt logischerweise, ne, also sie schläft auch auf der Couch, ich schlafe halt im Bett, wenn sich Leute jetzt beschweren, das ist mein Bett, meine Wohnung, also ne, davon ist abgesehen. Aber sowas ist halt komisch. Ich bin zum Beispiel ja gestern nach Hause gekommen und wollte mir eigentlich Wasser aufsprudeln und dachte dann so, naja, gut, die schläft da, weiß ich nicht, dann gehe ich da jetzt mal nicht rein und sprudel noch Wasser auf. Muss jetzt halt nicht unbedingt sein. Sowas ist aber natürlich halt sehr, sehr unangenehm, ähm, ja, weiß ich nicht, ist halt nicht die beste Situation. Hoffe auf jeden Fall, dass sie da schnell irgendwas anderes findet und dann halt auszieht. Ähm, ja, ansonsten kann ich eigentlich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also wie gesagt, mir geht's halt gut, ich gucke nach vorne, ich freue mich ehrlich gesagt einfach. Also ich weiß, ich bin da wirklich, ja, zu 100 Prozent einfach happy, diese Entscheidung halt getroffen zu haben. Also nichts gegen Gina als Person, ne, aber man hat halt gemerkt, das tut einem einfach nicht gut. Ähm, es ist auch nicht so, dass eine Person Schluss gemacht hat, ähm, sondern wir haben halt einfach gemerkt, okay, es läuft immer schlechter. Dann haben wir uns halt wirklich mal hingesetzt, haben halt vernünftig miteinander geredet und sind tatsächlich dann auch zusammen zum Entschluss gekommen, äh, gekommen, halt dann Schluss zu machen. Was ich auch halt sehr wichtig finde, weil ich denke, wenn beide Personen, sag ich mal, schon so dieses Gefühl haben, dass das die beste Entscheidung ist, dann ist das auch, also ist das natürlich immer nochmal leichter, als wenn eine Person da zum Beispiel richtig krass dran hängt. So, ne, und deswegen ist das eine sehr gute Situation auf jeden Fall gewesen und ja, wie gesagt, wir wollen da kein Beef oder sonst irgendwas haben, ne, wir wollen einfach gerade für Noah halt weiter zusammenhalten. Und, äh, ja, mir geht es gut, ich bin glücklich, Digga, ne, ich dachte wirklich so, oh, Trennung, das wird schwierig, wer weiß, wer weiß, aber gar nicht, Digga, also wirklich einfach überhaupt nicht. Äh, ich hab gar keine Momente mehr, wo ich so denke, boah, okay, das ist halt schon schwierig, ähm, ne, ist es gar nicht. Also irgendwie, ja, hat man sich da dann doch irgendwie mehr Angst gemacht, als man sich hätte machen können. Genau, ja, äh, viel mehr gibt es dazu halt, äh, tatsächlich auch nicht zu sagen, ähm, ansonsten, ich überlege noch, ne, aber eigentlich ist das so alles, was ich in dem Video sagen wollte, ne. Also wie gesagt, mir geht es gut, um Noah wird sich halt auch sehr gut gekümmert, äh, ja, es ist nichts Konkretes vorgefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde, bis dann, okay, thanks, bye. Das ist so schade, Mann, wirklich, das ist so schade, das ist so schade. Das ist so schade, Mann, wirklich, das ist so schade, ich bere differently. Vielen Dank.